Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mit dem Flutus Heiß. Und wie ihr schon im Hintergrund seht, wir spielen heute DBD und zwar nicht allein, sondern mit dem guten Larry. Mal wieder. Hallöchen. Und wir spielen den, äh, ja, Modus der Morgen schon wieder verschwindet. 2v8. Oder auch Q-Simulator. Mal sehen, wie schnell wir eine Runde finden. In the jungle, the mighty jungle, this lion sleeps tonight. Nein. Oh, weeeeee. Okay, Schnittfloh, schau jetzt mal, wie lange die Q war, bitte. Okay, Leute. Wir sind nach, äh, endlos langem Q-Simulator in einer Runde. Schauen wir mal, was wird, ne? Schauen wir mal, was wird. Ich spiele Huntress, Leute, ich spiele nicht für gewöhnlich oft Killer, vor allem nicht alleine. Deswegen ist gut, dass ich hier nicht alleine bin. Sorry für die kleinen Ruckler, die gerade irgendwie existent sind. Hier sind welche am Gan, das gefällt mir nicht. Hier ist ein Gangbang am Gan. Ach, Mann. Komm, du musst ja auf die andere, muss mal auf die andere Seite unten mal gucken, ob du die Leute ein bisschen abfacken kannst. Das machen die einfach Gen-Story. Ich treffe nichts. Fuck. Schmutz, Digga. Ja, genau, das meine ich. Ja, ja, es läuft gerade überhaupt nicht gut. Ist okay, wir haben noch zu. Ich, weil sich die, die Seite hier deffen. Ich kann, ich kann nicht gut Hatchet werfen, ich merke es. Send dir meine Fang rüber, so. Ja, die sind hier schon wieder viel zu weit an einem Gan. Okay, nice. Nein, du finischst jetzt nicht den Gan hier. Ich fange gleich mal in deine Richtung. Ich verspende gerade Omega-Zeit eigentlich. Ja, ich habe gerade des Todes. Komm, drop die Pallette. Nein, okay. Macht dir jemand eine Kiste auf? Äh, okay. Killer Shack Pallette ist schon mal weg. Die sind schon wieder hier an einem Gan. Lass diesen Gan in Ruhe. Der ist sonst nämlich auch gleich fertig. Okay, nächste Pallette ist weg. Leute, ihr seht gerade Peak-Shit-Gameplay von mir. Scheiße, sie haben ihn. Die hier drüben. Bist du euch, Alter? Okay, muss mir wieder Exe besorgen. Ja, der läuft für Injured in deine Richtung. Das ist eine Cheryl. Muss mal gucken, ob du kommst. Ja, ich höre wen. Oh, nice. Na, ich habe hier eine Fang und einen Informatiker. Blöde. Habe ich dich. Zack. Zack. Also, Leute, bitte, bitte flamet mich nicht in den Kommentaren oder so. Ich, ich, der, der bessere von uns beiden ist der Herr da drüben. Der spielt öfter Killer als ich. Äh, mein, jetzt mach's mit Druck hier. Vor, vor diesem, vor diesem, vor diesem Modus. Ich habe sie getroffen. Boah, okay, das war göttlich. Das war nicht mehr gewollt. Ich wollte die andere hüten. Vor, vor diesem, vor diesem, vor diesem Modus. Ich habe sie getroffen. Boah, okay, das war göttlich. Der ist King oder so. Also, vor diesem Modus habe ich, glaube ich, gefühlt über ein bis zwei Jahre kein Killer mehr gespielt. Warte, was du denn hier? Äh, weißt du, ich wollte die Trap aufnehmen. Da kommt auf einmal eine Sable aus. Ich weiß nicht mal, woher. Hä, die ist einfach da gespawnt. Ich schwör. Hi. Läuft er nicht rein? Okay, nein, meint. Sie hat Angst. Hast du sie? Ja. Okay. Wir sind schon wieder, dass Tom Raider drin, Alter. Ich habe schon wieder ihren Namen vergessen. Lara Croft. Genau die. Das war doch. Hallo. Ja, bitteschön. Viel Spaß damit. Sie sind wahrscheinlich tot, wenn sie da an die Trap läuft. Japp. Das wäre bei dir an die Trap gelaufen. Yo, yo, ich bin da, ich bin da. Gönn dir. Das ist nur mal ganz kurz. Das ist gerade gefühlt auch eine Premiere. Das ist das erste Mal, dass ich ein Killer-Video mache. Feuer, nur ein Survivor-Video ist abgeladen, habe ich. Sprachprobleme waren auch gerade kurz. Irgendwie wollte ich den Satz nicht richtig aussprechen. Ich weiß auch nicht, was da war. Ja, das werde ich den Satz auch noch haben. Hallo Leute. Hier sind viele. Bei mir. Ja, der ist tot. Ich muss nur noch einen Gen machen. Das ist ein bisschen kacke. Ist ja gut. Okay, die ist auch tot. Nice. Nice. Sable. Nice. Der war gut. Hier ist noch eine. Ich schlag jetzt mal den Gen, Alter. Ja, ja, die laufen in meine Arme. Ich habe eine gehattet. Kommt durchgelaufen. Ich habe vielleicht nur die andere gehattet gerade. Aber die laufen in Trapistan, also. Okay, die eine ist in der Trap gelatscht. Sehr gut, sehr gut. Ich versuche Lara Croft zu chasen. Was hätte ich jetzt eigentlich hitten können? Diese Tic Tac Hitbox. Hätte ich ruhig mal hitten können, Alter. Okay, macht niemand. Nice. Ja, ja. Ich pushe den. Ja, ja, reicht. Okay. Hier ist mit dem Gen zu weit. Das höre ich doch. Okay, welcher? Der da. Das ist auch ein Sable, der dann arbeitet. Ja. Oh, das hat gehittet. Geil. Nice, nice, nice. In der Ecke da ist sie komplett lost. Ich komme von rechts. Wenn du sie in die Ecke post. Ja, sie ist perfekt. Ich muss erst mal wieder Echse nachladen, weil die hier sind noch Schränke. Ich habe einen Hit. Okay, der regress noch. Okay, ich habe einen. Ja. So, komm. Ist tot. Sind nur noch vier Leute. Ich muss zurück in den Gen. Gen ist town. Nicht, dass sie da machen. Ich habe hier eine. Sie läuft. Ich habe hier noch eine gehittet. Die kommen beide in... Ja, eine kommt in deine Richtung. Ja, ja, ja. Die hole ich mir. Ah, das hätte hitten können. Ist noch eine. Ja. Genau die. Sind aber einfach das Windor. Schade. Und die haben dann hinten den Gen gemacht. Ja, passiert. Sehr gut. Ja, ist okay eigentlich. Gut, geht immer hinten zum Tor. Ich bleibe hier bei dem... Bei dem... Ja. Die sind hier raus. Ich kann es versuchen zu deffen, aber... Seine ist offen hier. Okay, sie hat aufgegeben. Sie hat aufgegeben. Jetzt... Jetzt will ich eigentlich nett sein. Bin ich ehrlich. Aber... Du kommst ins Gefängnis. Ich mache mal. Bist du tot? Oh, hier ist ein Hedge. Komm mal zu. Für die Grundpunkte. Ja. Ja, der macht jetzt wahrscheinlich ein anderes Tor auf. Aber soll er gehen? Ja, oder suchst sich ein Hedge. Aber es ist mir ein Gehlein. Einer habe ich geschlossen. Ja, es sind noch zwei. Hier ist noch direkt eine vor dem Gate, wo du warst. Also... Ja, er macht das andere auf. Ich habe es gerade aufgehend gesehen. Ah, okay. Ja, gut. Ja, viel Spaß. Ich habe mir die Blutpunkte noch gegönnt. War eine okayische erste Runde. Also... Wo? Okay, wir sind im Cure Simulator. Floor. Killer, Smash or Pass? Wir fangen an mit Nurse. Ja, Smash or Pass? Ja. Ähm... Ja, Smash. Hillybilly. Ähm, Pass. Brave. Ich habe den ganz nicht gespielt. Wie ist es denn? Äh... Den DVD. Dating Sim. Genau. Hooked on you. Genau. Ähm, deswegen kann ich das schlecht beantworten. Aber spontan würde ich sagen, nein. Also Pass. Okay, Trapper. Nee. Huntress. Ja. Degner. Ja. The Unknown. Äh... Lieber nicht. Chucky. Als Puppe? Ja. Nein. The Knight. Ja. Skull Merchant. Ja. Singular. Ja, Singular. Xenomorph. Fussi brauche ich gar nicht fragen eigentlich. Aber... Xenomorph. Ja. Artist. Joa. Sadako. Sadako. Ja, das ist ein Hard Smash. Okay, okay. Trash. Ja. Muss ja eigentlich auch wieder nicht fragen, aber... Ähm... Wesker. Ja. Pinhead. Äh, nee. Nemesis. Der könnte dich hart dominieren. Ach, ja, aber das ist... Ich hab schon mal gesehen, wie groß der ist, Alter. Das ist ein bisschen weh. Also sagst du auch, er Pass. Ja, er Pass. Trickster. Ja, Smash. Die Twins. Nein. Uni. Joa. Deathslinger. Nee. Äh, Pinhead. Äh, Pyramidhead mein ich. Ja. Blight. Joa. Legion. Sowohl männlich als auch weiblich. Ja, dann ja. Welches von... Beides? Oder nur eins von beiden? Okay. Äh, Blake. Blake? Ja. Römerische Dusche. Let's go. Nee, nee, nee. Google das nicht, Leute. Nee, egal ob ich... Nee, egal ob ich 30 Krankheiten bekomme. Ghostface. Ja. Demogorgon. Nee, lieber nicht. Äh, Freddy. Nee. The Pig. Also, also, wie heißt du? Wie hieße? Amanda. Amanda, genau. Clown. Nee. Da brauche ich eigentlich gar nicht fragen, aber Spirit. Ja, ja, klar. Äh, Michael. Ja. Hack. Ähm, ist das wieder so... Werd ich gezwungen, oder? Nee, es ist einfach nur ein normales Smash-O-Pass. Okay, ja, dann... Dann lieber nicht, glaube ich. Äh, Doktor. Nee. Und dann der letzte Bubba. Naja, auch nicht. Okay. So, Leute. Damit habt ihr jetzt Smash-O-Pass von Larry. Was ihr damit anfangen könnt, oder wollt, müsst ihr wissen. Ich werde es auf jeden Fall reinschneiden. Okay, Leute. Wir sind in der nächsten Runde als Trapper und Billy unterwegs. Batman. Oh, man. Hallo, Freunde. Ach so. Nein. So. Okay, ich habe wen gegrabt bekommen. Was war das? Nett. Ja, ich höre ja auch einen angefangenen Gen. Hallo, Nea. Da kommt potenziell eine Herded... Äh, Herded Red Hat in deiner Richtung. Einer, ja. Oder ist er? Du hast gerade eine Sable hast du? Oh, nee. Hier ist eine... Ich habe eine Nea gehittet. Will ich eigentlich schon da rüber locken. Ich habe hier leider noch keine Traps gesettet. Da drüben sind so voll die Traps, aber hier nicht so. Was machst du, Bro? Okay, ich habe die Bikinis Hable geschlagen. Bei dem Gen-Hick-Nicken, der ist... Loxy, basically gerade in deine Richtung. Ich komme. Ich habe das mal gepre-droppt. Ja, perfekt. Perfekt, kein Problem. Hier ist mir ein Gen zu weit, Alter. Den schlage ich erst mal. Ich nehme auf die andere Seite. Guck mal, was ich machen kann. Nein, nicht hierhin. Finde ich uncool. Oh, da ist er in meinem Schöp gelaufen. Ich laut. Ich habe sie, ich habe sie. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier ist mir auch wieder ein Gen zu weit. Die haben den Gen gefinisht. Ja! Was wird's, Bro? Okay, ich habe sie. Und ich habe noch die andere gehittet bekommen. Also, ich habe einen Schlag und einen, ja. Auto-Hand, danke. Einen Hook bekommen. Okay, Fächlik ist es geliebt. Der hat gar keinen Bock mehr. Ja, das war traurig, weil der hat mich erst geteabackt, dann habe ich ihn easy gehittet und dann ist er geliebt. Oh, das wäre meine Tra... Ist das die Saber gewesen? Ne, ist eine Nähe, aber war eine nice Trappe. Weiß nicht, was du machst, aber okay. Ich bin nicht zu sehr auf sie hartkommitten, Alter. Ich gehe mal weiter lunsen, Alter. So, da ich kein Hook und Sohn bin, will ich jetzt nicht, ähm... Ja, läuft da durch, läuft da durch. Ja, sie ist in die vorne gelaufen. Haha! You didn't saw that coming, oder du hast es coming gesehen und hast die Trapper einfach nicht gedodged bekommen. Ich war gerade schon sehr sozial und wollte nicht tunneln. Da kommt ein Michaela in deine Richtung. Yo, yo, ich sehe sie, ich sehe sie, ich sehe sie. Ich glaube, das ist gerade die, die ich literally schon in den Kett geschickt habe. Aber ist egal. Die machen da... Ich habe da einen Gang gehört, der mir da definitiv zu weit ist. Genau in dem, den sie gerade gefailt haben. Ach, ich habe keinen Trap parat. Aber hier ist einer. Was ist das hier? Dreht wieder gegen. Hi... Ihr habt mich geprankt! Ihr habt mich richtig geprankt, Alter! Oh, schade. Noch mal geprankt. Okay, diesmal, diesmal habe ich den hinbekommen. Kein Prank. Oh, der Händerswer? Hallo, Leute! Hier sind ganz viele. Oh, lol. Nice Trap, Bro. Nice. Weg. Ja, Pellet nehme ich mit. Und weg. Huch. Okay. Okay, nein. Das ist schlechtes Billy-Gameplay hier. Huch. Okay. Das gefällt mir nicht. Nice. Nice. Und weg mit dir. Nice! Oh, das muss ich ins Video reinnehmen. Das sah ultra cool aus. Was war das denn gerade für ein Bot-Move, Alter? Der hat dir gar nicht geholfen. Der ist einfach dann an mir vorbeigelaufen und hat die Pellet gedroppt. Nice! Oh, das muss ich ins Video reinnehmen. Das sah ultra cool aus. Was war das denn gerade für ein Bot-Move, Alter? Der hat dir gar nicht geholfen. Der ist einfach dann an mir vorbeigelaufen und hat die Pellet gedroppt. Den hole ich mir. Okay. Du sagst, du sagst. Okay, okay, ich habe eine Hedge. Ich bin durch meine eigene Trap gelaufen, ich Gott. Warum ist da was im Weg? Okay, komm her, Bot. Reicht jetzt. Ihr braucht nicht stehen bleiben. Okay, siehst du durch die Hedge reinkommen. Komm her, Bot. Komm her. Bleib stehen. Bleib stehen jetzt. Bums, Felix. Bums. Ja, Bums ihn. Und weg. Das war eine sehr gute Runde. Das war eine gute Runde, ja. GG. GG, Alter. Ja, erstmal fett in den Chat schreibt, mal sehen, ob wir geflamed werden. Hallo, geh weg, Archive's Ding. Ich will wissen, ob ich geflamed werde. Kriegen wir keinen GG von den Survivoren zurück? Sind die so tiltet jetzt, weil wir so, Anführungszeichen, hart committed haben? Okay, Leute. Das war's ja erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Larry, möchtest du noch was sagen, bevor es zu Ende ist? Immer schön frisch und gesund bleiben. Ihr habt's gehört, Leute. Stay hydrated. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschio. Bis zum nächsten Mal.